Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, nämlich Unturned. Und ich hoffe, es wird euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch eine Bewertung da und dann sehen wir uns später nochmal. Was habt ihr da vorne am Fahrzeug ran geklemmt? Schutz! Schutz! Man sieht nichts! Aus erinnernden Sicht. Also nach der Realitätslogik könntet ihr jetzt nicht fahren. Naja, es wäre aber auch irgendwie dumm, wenn man in Innenansicht ein Auto fährt. Also willst du mir erzählen, du sitzt in der Realität, wenn du im Auto sitzt, sitzt du im Außenansichtmodus irgendwie. Genau. Es glaube ich dir eher weniger, dass du in der Realität im Außenansichtmodus bist. Mehr so 120. Paul 120, ne? Oh. I know I see it. Ruhig die Bäume, Junge! Boots, Junge! Boots! Kinkse, ich habe auch ein Magazin, ne? Für deine MP40. Wundervoll. 32. Schuss! Bombs ist eigentlich ein Airdrop immer bei dieser Kack-Farm. Es reg dich langsam auf. Warum? Ganz simpel. Diese Farm ist attraktiv für Airdrops. Weil es ist weit abgelegen und zugleich auch riskant. Weil es zu offen ist. Oh, wieder Munition für die MP40. Aufgewehr. Links weg. Ja. Deine MP40. Und das jeweilige Magazin. Aber hier hast du erstmal Suppressor auch. Ähm. Herr Paul, hast du das Magazin? Warum? Magazin. Magazin für was? MP40? Ne, ich glaube, das hast du irgendwo liegen lassen. Ja. Feel me, coffee. Okay. Okay. Ich hab mein Techniker live an meinem... Hallo. Ja, überfährt mich, ne? Bruder. Müsst aber kein Damage bekommen. Das denkst auch nur, du. Hast dich grad so fett überfahren, weil du so ein Bein verloren. Mh, du hast kein Damage bekommen. Slash kill. Wird's ja noch interessant. Mit... Wut? Dann nehmen wir mal kurz halt, Martin, ich habe noch keine Kleidung. Hm, wir fahren zum Military Base. Ich hab noch, äh, ein bisschen Goliath-Sachen. Also, Gilly, mein Gott, Goliath muss los. Goliath, mhm, mhm. Geht auch, oder? Ne, Goliath geht auch, ja. Gib mir so einen Controller in die Hand, ich fahr mit einer Goliath. Goliath, wir sehen uns. Goliath. Also, spätestens sehen wir uns, wenn ne fette Explosion plötzlich so ne ganze Stadt wegfetzt. Goliath. 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 Oh, fuck. Oh, fuck. Ich hab das hier, oh. Hä? Wenn ich dich gerade gepuncht oder was ist gerade passiert. Ich hab noch hier ne Sniper. Hey. Ich könnte dich jetzt abschießen mit Ranger. Oh, ich kann euch alle weg. Oh, hallo. Machen wir das jetzt so hier, oder wie? Ah, das ist ein bisschen scheiße. Oh, wir machen jetzt. Oh, ein Backe. Oh, Ranger-Moniti-Boy. Sorry. Dingslay hier gibt's, äh, Dingsbums. Äh, Katanas ist, glaube ich, nicht. Hier ist noch AK-47. Zubi-Navkov-Junge. Oh, die Waffe war noch geil früher. Warum habe ich damit grasiert ohne Ende? Und jetzt? Da spiele ich jetzt mit ner scheiß PDW. Ah, so scheiß ist es auch wieder nicht. PDW gut. Also schon, ja, aber... Hat jemand... Juri? Juri! Juri! Oh, was sind die Viecher? Dingslay, ich hab nen Mafia-Hut für dich, wenn du willst. Jo, gerne. Warte. Warte. Bei Mafia... Leo immer da... Äh, King ist immer dabei. Oh, Flatt ist wieder auf dem Server. Flutty. Der Penis. Der Lutscher. So, ich hielt nochmal der Night Vision. So, Leute! Hallo. Ab geht die Port. Warte, hier. Dingslay. Da hier. Und? Der mit sein Mafia-Hut jetzt, Alter, ach du Scheiße. Weg, 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 weg. Mach die Dinge. I'm gonna take my penis to the outtime road, gonna ride. Then I can find more. Fein noch? Fein noch? Willst du ein bisschen Gesellschaft? Willst du ein bisschen Gesellschaft? Ich hab nen Ranger Barrel. Nice. Ich muss kurz mal meine Munition alles nachladen. Nimm mal hin, bin da. Ja, ne? Ähm, ja. Oh. Oh. Da wurde jemand überfahren. Da wurde noch jemand überfahren. Maschinengewehrmagazin. Okay. Mit was kann ich eigentlich die MP40 laden, wenn die leer ist? Mit Munition. Ja. Das war sehr hilfreich. Denk ich mir schon wieder. Yo. Danke. Jotikum hilft mir, hallo. Also, ich verhaue gerne Zombies. Finde ich cooler. Oh, ich fängere mich. Nein, meine Begegnung. Böse. Weißt du, gib mir nen Sniper in die Hand. Ich mach den aus ner MG. Nice. Oh, shit! Ich hab das gewohnt, was ich brauche. Was dann? Ja. Stacheldraht mach ich vorne an unser Auto dran. Nice. Tja, dann erläutert unser Wagen nicht mehr so viel Damage, wenn wir jemanden überfahren. Hab schon gedacht, wir werden alle verschroppt gehen hier. Ohne. Rechtsdings. Kombo, Alter. Easy. Wer will nen Griff? Ich. Wer will nen Griff? Ich. Wer will if? Ich. Ich brauche, ich hab ne Sniper. Ich brauche nen Griff. Ich brauche nen Griff. Aber kein Griff. Hallo. Verbrauchen Sie Griffe? Ich hab auch nen Laser noch dabei. Ja nicht. Digga, meine Waffe ist jetzt komplett modifiziert. Jetzt gehts ab. Der ist verkackstum im Kopf, der Headshot. Warte mal, ich nehm mal so ne, ich nehm mal so ne Smoke Grenade weg. Ähm mit, sorry. Ich hab so viel Smoke dabei. Wer hat mit ner Maple Strike geschossen? Ich nicht. Hallo, niemand von euch ne Maple Strike. Gut. Dann ist was ein Gegner. Komm mal zu Kingsley auch, weil ich hab ne Sniper. Ich hab auch ne Sniper. Aber ich musste wissen, wo die Position ist. Das Gegner. Warum eigentlich immer in der Nacht kämpfen, Alter? Ich hasse Nachtkämpfe. Ja, ne? Ja, ne? Du warst einen glatten Ständer, Junge. Ach, weißt du was? Wir fahren einfach mit unserem Superdubo-Auto weg. Da braucht man eh schwere Waffen, um die Panzerung zu durchbrechen. Und da, ja. Ja, ne? Ich fülle das nochmal schnell auf. Dum, 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 dum. Dum, 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 dum. Oh, hallo, Kingsley. Hi. Hi, was geht? Na? Schleckli. Hi. Take my thumb rope. Bitte, hör auf, dieses Song zu singen. So, ich hab gar keinen, äh, keinen Hammer auf, Lul. Los. I'm gonna. Ach, was weiß ich. I'm gonna. Big Boom Fire Version. I'm gonna take my card to the modern old thousand roads. Kein Plan. Hab ich nicht gesagt, was ihr aufhören sollt? Was? Du hast kein Job. Was? Okay, Kingsley. Ausgestiegen aber. Alter, wie ihr direkt nen Raster kriegt, wenn du nen Garnchopsi. Hast du hörst, dass man die Dummsch Garnchopsi, wo du keine guten Waffen bekommst. Aber Waffen. Ja, Waffen. War anfänger eigentlich ganz nice. Oh, könnten sie jetzt ein bisschen... Laufen sind zwar scheiße, aber das sagt nix dagegen, dass ich sie mitnehme. Komm rein. Wir schieben wieder im Drain. Ich krieg hier noch nen Raster. Hi. Hi, I'm Patrick. Nice to meet you everyone. Ich hab' ne Sniper. Ich hab' ne Sniper. Ich hab' ne Sniper. Mach' mich nach Hause. Paul wird gebannt! Vom Video! Let's get strike him! We all hate him! Okay. Ich hab' ne Sniper. Seine Mutter, Float! Parodien sind möglich, ja? Wenn wir irgendeine Scheiße singen, dann ist möglich, ja? Aber nicht den Song nachsingen, ja? Nicht den gleichen Song. Solang du scheiße... Solang du irgendeine Scheiße einsetzt, die sich halt rein, geht noch. Solang's halt nicht... Mach' Memo! Ding Donga! Ich mach' dich von der Seite an! Ich trete gegen Schienbein! Und lach' dich aus! Ich hab' schon komplett irgendwas Chinesisches Sing! Okay. Es war doch nur noch Chinesisch. Das Ding mein Ding! Wing Wing Wing! Dieht? Oh, eine Bandage! Ich hab' dich in mein dieht! Bandage! Man bandagieren hier mal, wagen hier! So... Licht an wie finster es eigentlich bei uns beiden ist da vorne so richtig Bestrahlung bei ihnen so an so einem Computer sitzend und bei uns so richtig dunkel so finster in so einer Ecke schaust dir mal an aus innenansicht so richtig finster bei uns und bei ihnen vorne richtig LSD ja man wohin fährst du ah ist das unsere Base ja oh nice und die wurde nicht angedamaged oh ja wer braucht schon eine Platte an Damagen die offen steht ah ich fahre wieder weiter komm geh ich wieder steige ein bin drin ich dachte wir lass ihn dann zurück wir fahren schon tschau wir sehen uns ich dachte wir looten jetzt hier und nein natürlich nicht ja klar ja Bruder See ya 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 I Ne here す то Sa See ya la Afuse hal prager hal jau ils им hat Loot looten Oh, loot looten Loot looten Booggedy, booggedy Booggedy, booggedy Loodidu odidi Oh will das ganze kingsley geben und dann halt frosty kommt aber später herz also sie jetzt auch frosty so weg was ich jetzt den gewöhnt auch es ist traurig und in eigenen wo der jetzt und so tits er hatte zehn milliarden namen war er kommt eigentlich macht man ein da er der geht jetzt erst mal mit leon Prozent in die Stadt ein bisschen schön um ähnlichen hollocken im seiner engel und der Laden was war das Oh, Metal Bar, okay. Aber Metal Bar ist zwar Crafton, Paul, in Metal-Zeug. Metal-Buzzard! Weißt du, manche Menschen suchen Krieg. Ja? Ja, ich hab ne Peacemaker. Ich mache Frieden. Ob du krass Frieden machst, ist die Frage. Was heißt Peacemaker, Digga? Leo, komm da, steigst du in? Warte. Warte, flucht der Karibik. Wow. That was delicious. Yum, 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 delicious. Da liegt was Süßes. Ach, danke. Vielleicht dann auch. Hey, kommst du? Ich hab nen 7er Scope für dich, ne? Wenn du brauchst. Hab ich schon. Okay. Ich bräuchte eins. Ich hab nen Sniper. Echt? Ah, 7er Scope. Warte, komm her. Warte, warte, warte. Muss ein paar Smokes loswerden. Ich hab so viele Smokes dabei. Smoke weed everyday. Wo ist es? Wo ist es? So, erstmal Fred ne Sellerie-Stangen fressen. Sellerie? Sellerie. Na ganz so. Hier ist tatsächlich ein Geliebort. Ja, hab ich auch gesagt. Glaubst du mir mal wieder nicht, ne? Ja, 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 ja. Glaubst du, du das ist Leo? Ah, so wieder recht. Hey. 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 Warte, Kingsley. Warte. 7er, 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 7er. Hier, das 7er Scope. Was habt ihr für einen Rang? Äh. 160. R-Rank? 160? Ja. Ja, ne, das übertreiben kann man auch. Warum das denn? Ja, 15. Ja. Oh, das ist auch ein Massenmörder. Ja. Du einfachst, du tötest alles. Wirklich alles hier. Alles, was sich bewegt. Oh nein, Leo, bitte. Ja, okay, okay. Ich wollt grad sagen. Das weiß ich nicht so recht, ob er auch freundetös ist. Müssen wir aufpassen, gleich bringt er uns immer so einen abgelassenen Ort bei einer Metzgerei. Und dann sind wir Beilshoß. Hehehe. Unchrooooot. Fickrooooot. Welches Visier ist denn eigentlich für mich besser ausgelegt? Rolls Home Alabama. Ist eigentlich das 7er Scope besser als das Auge... Augewehr... Scope? Wofür? Augewehrscope, okay. Das Augewehrscope. Welches ist besser? Ja. Ah, ich würd dir empfehlen 7er. Oder? Auge. Weil Auge ist... Ja, nicht so auf Range, aber... Also bisschen auf Range, aber nicht so übertrieben wie beim 7er. Oh, das würd ich gern mal haben. Das Augewehr? Das würd ich mir gern mal angucken dann. Ja. Hab ich grad hier drauf. Ich könnte dich damit jetzt wegsnipe. Big Smoke, Junge, ist gejoint, Alter. Ey, der ist neutral. Das heißt, der ist erst... erst im Server gejoint. Hoi. Hau. Augewehr. Cover. Cover die. Kapp. 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 Hallo, warum kann ich kein Licht anmachen hier? Weißte, im... Big Smoke. B-A. Ah. Weißt du, ich habe noch eine Uzi dabei, ich habe noch ein Schweizer Gewehr dabei, ich habe eine Heartbreaker dabei, ich habe dann noch eine Peacemaker, eine Ace Und dann habe ich meinen MP40, dann habe ich dieses Jagdgewehr, was ich hier in der Hand habe Dann habe ich noch so ein Gewehr, wo ich nicht erkennen kann, äh, das ist die Night Raider No, 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 I don't like PvP, because PvP is not good for me So, mach noch schön Licht hier rein Sweet home Alabama Sweet home Alabama This is you Country Road oder meine falle ich habe badet war er hier ist aber dreier aber hier ist hier vorne beim tor in der nähe liegt ein zombie der hat zauberten kurs kann wer will wer will ich selber was paul vorne beim tor liegt stacheldraht dass man jetzt alles an mein autoren danke das auto war vor mir ich bau grad meins ab alles klar licht ins dunkle ohne fräggrenade sollte jetzt nie wieder vorm auto stehen brauchst du eine panzerfalle an deinen wagen dein wagen hineingebaut so ich hoffe schon hat noch jemand so ein draht ich habe ein draht ja rück doch an die oschi und ein sandbag habe ich gerade gefunden die termagazin geil wer will ein laser auf seiner waffe ich könnte ich auch ja wenn du wirst kannst du sie haben die alte tactical laser das weg oh komm her und mein stacheldraht was war da wohl da denn ich bin jetzt komplett behindert hier ist ein 16er skocht wer möchte auch ein sniper vielleicht sehr gerne ich kann das auch ich kann das auch oh wow was denn guck dich an guck uns an es hat noch nichts also lass ihn mal fach 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 so hoi voll das für mobbing hier dafür kannst du mein auge scope haben ja ich glaube dass mein shadowstalker visier glaube ich besser kann das sein weiß ich nicht das ist recht eigentlich schon recht nice ach du schalt eine shadowstalker ein 16er skocht ich glaube du hast doch irgendwas genommen ne was denn alter digga lass mich heu leise chantal ach ach du sag ich nichts mehr richtig so wo hast du jetzt den draht junge wo ich gerade gucke das ist kein draht ne das ist wire hey digga ich hab mein draht gerade abgebaut ich bin doch nicht blöd äh da bist du lost oder bist du lost bist du lost oder bist du lost das ist eine gute auswahlmöglichkeit ich glaube er ist lost äh glaube ich auch warte mal hast du das wire gedroppt wire i need wire 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 ich war einfach wire dabei hab kein Plan weil ich das nicht craften ja ich hab's gecraftet leo so ich hab doch ein starre draht leute was schießt denn du jetzt gingstle da war ein kriecher ohne Militärbox nein es ist Militärbox Militärbox ich war dort da war ein kriecher da war ein kriecher name was Benjamin was gibt's denn Benjamin Franklin oh Militärbox ich hab ein Gebäude gefunden was sich jemand eingebaut hat hier hat sich jemand anscheinend eingebaut gehabt ja oben auf einem Turm oder ich muss mal kurz AFK gehen oh wow fast Essen nur ist okay morgen wieder ihr könnt ja so lange noch die Militärbett looten es kommt ja schnell loot er sagt mir recht willst du ja jetzt nicht hier liegen bleiben oder ähm ihr hast die Frage beantwortet Kingslay oder? ja Problem gelöst Leo ja komm lass geht's wir gehen in den Suizid Paul ist weg ab in den Suizid absolut ne soll ich noch ein bisschen warten ne ja gut ich schau mich hier vorne mal um kraftige Desert Falten nen schöner ne doch kein schöner Crash es ist einfach nur ne Billow Flashlight aber ne Desert Falten die nehm ich gern mit aber ne Desert Falten die nehm ich gern mit hab ich ein schönes Model für und zwar Gold was ist die Devil's Bane? was ist die Devil's Bane? was ist die Devil's Bane? Devil's Bane ist ne Waffe das hab ich mir auch vorstellen können ja aber oh hier ist ein Gilly Hood ja da hab ich da hingelegt den nehm ich dann mal mit äh denkst du? wo ist die? Papa so ich hab so viele Waffen dabei ich weiß gar nicht wo ich anfangen soll den Gegner auf sich zukommt ich hab genug Waffen die AK geb ich dann auch einfach Max die AK geb ich dann auch einfach Max ja was hat Paul denn hier gebaut alter nigger das ist Misshandlung erstmal ein MRE gönn aller was niggers reinhauen damit ich ein paar Waffen los werde nehm ich jetzt die Waffen wo ich noch ah verdammte Scheiße jetzt hab ich geschossen aus Versehen so das ist meine Suzi die gefällt mir sie ist sogar noch so laut dass Gekker kommen kann sie ist sogar noch so laut ja natürlich ist sie laut muss ja ja ich hab dir sogar einen Suppressor gegeben ja ja den hab ich auf meiner Snipe achso ja dann die Waffe so möchte ich dann nur noch kurz leer schießen und danach los werden damit ich sie wenigstens ausgenutzt hab fertig leer ist sie dass du einfach das Magazin raus nimmst was ist? dass du einfach das Magazin raus nimmst ja wenn dann möchte ich damit noch töten verschwende ich keine Muni au das ist jetzt die Peacemaker hab die nächste Waffe bereit ich mache Frieden FRIEDEN na Peacemaker ich glaub da machst du mehr Krieg Explosionszombie oh Riese warte auf keine Muni mehr see ya muss kurz was los werden fuck digga warte schieß ich nicht warte hab ihn verdammt ich bin fast down oh fuck oh nein ist ein Alice Pack für dich ein Alice Pack ok das ist ein Alice Pack was hat der denn ah ich nehme die Granaten hab ich noch die hier ich los so das Alice Pack perfekt nice digga hat sich jetzt schon gelohnt und wie low bist du? ja ne hä ich brauch trinken hast du trinken trinken hä mmr geben auch trinken ja ja ich hab keins deswegen hat der Slash Kid Food geben ne also ja 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 versteh schon ja toll alter digga ja ja ich hab grad eben benutzt das weder als von mir warum schieße ich eigentlich immer automatisch fällt mir jetzt schon nicht weg ja man ja Zombies 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 will Geld will Geld weißt du du bräuchtest mal ne bessere Rüstung so weil du läufst dir in so Lumpmannschaft dass du dir so Militärrüstung nimmst hab ich doch äh ich hab keine Lumpen deine Hose äh die Hose ist nur ein Skin ach ach so das ist Skin da kommt einfach ein Boss um die Ecke der denkt sich so hi Leute Sideway dann nehm ich mit hier ist ne Sabatuf hier ist Military Money hallo wir haben grad nen Boss getötet wieder ihr seid jetzt auch ein Alice Pack echt? mhm aber wir haben noch das Alice Pack für Max oder? ja ja ich glaub's nicht hab jetzt ne Nightwra glaub's nicht ist eigentlich die Desert Military besser als die Forest Military oder ist das identisch? das ist identisch bloß was ist besser auf der Map ist die Frage ich glaube Forest richtig ich glaub's aber nicht ich bin mir nicht ganz sicher weißt du? ich bin mir nicht ganz sicher weißt du? ich bin mir nicht ganz sicher das ist meine Waffe alter Junge ja dann Wumpf das ist die Swiss Gewehr das ist ein Schweizer Gewehr das tut weh ja sonst halten die sich aus allem raus ja aber Waffen produzieren können sie Waffen produzieren können sie also das ist ja schon ne Waffe damit es neil ist sie danke für die Aufmerksamkeit ich hoffe es hat euch gefallen wenn ja dann lasst doch eine Bewertung da wenn ihr Verbesserungsvorschlag habt dann schreibt es mir in die Kommentare und dann sehen wir uns beim nächsten Mal bei einer weiteren Folge unturnet